Na ja! Fähr dir nach! Lehm! Ich muss die geradeausfüllen! Alles klar! Ey wie Rostlaube! Na ja du kommst fertig nach! Oh shit das ist nicht vorbei! Ich habe dich nur überholt! Nein! Ich bin letzter! Geil! Das Überholmanöver! Go 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 go! Ich trau mich gar nicht irgendwas zu drücken! Ich auch nicht jetzt! Einfach nur gucken wir daraus! Ich drück nichts! Ja ich drück auch nichts! Mein Odau wird schon ein bisschen aufdrücken! Mein Hinterteil hat ein paar Schramme! Vor allem wenn hier jemand vorbeikommt und ich sag auch so oh! Quadra kill! Komm schon überhol doch einen! Oh oh! Die kämen! Oh 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 oh! Oh shit! Scheiße! Oh nein Niko! Oh lol! Ey was passiert denn hier mal? Oh mein schönes Auto! Oh shit! Lol! Oh nein Niko hat er alle! Oh! Alter ich hab mir den dritten Platz zurück geholt! Ja das ist jetzt der erste! Oh oh oh! Komm fahrt durch! Er ist über rot gefahren! Wir fahren auf über rot! Fahrt die lang! Ich werde es schon wissen! Ja wir werden es wissen! Oh alter! Wahnsinn jetzt halten die einfach rot grad! Grün Jungs! Hehehehe Hehehehe Ja kein Bock zu fahren! Let's go! Das gibt es nicht! Jetzt häng ich wieder zurück hier! Yo! Oh oh oh! Oh lol! What? Was? Wovon wir denn? Ja wir kommen wieder! Alter Gerrit hat so'n Vorsprung! Gerrit weg! Das müssen die irgendwie wieder einholen! Oh mein Gott! Wenn ihr ESCAPE drückt haltet die an! Ja! Oh Gott! Jo was? Was ist doch ihr denn da? Los Mann! Ich bin da nicht für ihn angehalten! Ich bin da nicht für ihn angehalten! Ich bin da nicht für ihn angehalten! Der steht einfach! Ich bin aus Versehen angehalten! Haha! Gib Gummi! Nein! Wer ist hinter mir? Das ist ich! Ja Moin! Wollen wir kurz auf die warten Erich? Klar wir machen! Okay warte! Wann drücken wir denn auf anhalten? Weiß ich nicht! Kommt ihr Jungs oder wir? Haha! Wir sind unterwegs! Ich habe aus Versehen den ESCAPE gedrückt weil ich auf die MEM schlau wollte! Ne! Das besser nix drücken ne! Haha! Ja! Okay Erik ich halte mal an ja! Ah mit P kannst du auf die MEM schlau! Okay! Weil wir in der Nähe sind können ja weiter! Das wird jetzt halt ein richtig krasser Stau! Das wird so chaotisch! Das ist halt so chaotisch! Okay ich fahr weiter! Ich fahr weiter! Ich fahr weiter! Geht da einfach ganz! Let's go! Peter ist noch Stau Alter! Ja Mann! Ey ich hab so ne Rostlaube das mal die ganze Zeit Denk ich nur dann könnte man den nächsten Gang schalten! Ich glaub da werden wir dann so... Also bei Fort Chilliard werden wir so abfallen! Ja! Weil der das nicht geschissen kriegt mit den schmalen Straßen! Das wird richtig lustig! Wie sehen wir jetzt erst den? Okay! Warte! 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 Da kann ich fahren! Ey! Der fährt einfach hinten rein! Ey! Was macht er jetzt? Er hält ja einfach auf der Straße an! Also! Ist nicht so spannend gerade aber... Gleich wird's witzig glaube ich! Der hat irgendwie voll die komische Route genommen! Ist außen rum! Follow me! I'm a snack! Follow me! I'm a snack! Haha! Ich geh mal in Evo! Taxi fahr! Fair! No smoking! No smoking! 2.50! Oh ja! Original charge! Fünfte Meile! Fünfte Meile! 40 Cent! Per 2 Minutes! Da steht ja No Smoking ne? Mhm! Kann man jetzt eigentlich rauchen hier Baudo? Das wär lustig! Erstmal testen! He! Dann wärst du so rausgeschmissen so! Ich kann hier rauchen! Was ist rauchen? Ich auch rauchen Baudo! Natürlich Alcat! Hat er nicht gesehen dann Baudo! Erstmal einen Alkoholtränk! Können wir fahren? Okay ich halt jetzt an! Mitten auf der Straße! Geben sie mir bitte einen! Fress dich von der Straße! Vielleicht kann sich Peders Taktifahrer ein bisschen durchdrängeln! Ah! Vor mir fährt gerade so ein LKW die ganze Zeit! Da ist der LKW! Ist da Peter! Ja da ist Peter! Na ja! Könnte weiterfahren! Denk ich mal! Hey! Oh Loll! Oh Loll! Der Crash hier einfach! Machst einen auf Geisterfahrer! Können wir weiterfahren oder nicht? Keine Ahnung! Jetzt ist er stuck! Jawohl! Warte jetzt! Jetzt! Alter! Und! Können wir weiter? Na ich denk schon! Okay! Okay ich fahr weiter! Relax! Oh! Boah ey! Ich fahr jetzt einfach rum! Eine Taxifahrt ist lustig! Eine Taxifahrt ist schön! Und will er den überholen! Taxifahrer mach keinen Scheiß jetzt! Mach keinen Scheiß! Da ist ne Brücke! Boah der ist so langsam! Ja! Zieh vorbei links! Komm komm komm! Oha! Oha Erik! Gleich gehts rum! Oha! Oha! Wenn der denn auch abbiegte! Ich weiß nicht der Taxifahrer ist ja! Aber eigentlich muss er abbiegen! Der biegt safe nicht auf! Ne! Der biegt nicht auf! Ha! Vielleicht fährt der nächste rein! Was? Da bei... Bei... Beim Bunker! Beim Sägeberg! Oh shit! Oh kacke! Wie kommt der da jetzt rein? Was hat der für Plan? Ich muss doch nicht durch den Tunnel! Überhol doch! Überhol doch! Nein überhol nicht! Ich muss rankommen! Alter! Jetzt mach doch! Beheil dich! Was ist hier denn los ey? Hier ist es richtig Verkehrschaos! Es ist Chaos aber es hat viel los! Hier sind zwei langsame LKWs! Ja! Ja! Also die Taxifahrer sind ja wie in echt immer ein bisschen umwege gefahren! Biss nach okf mit dem Passagieren machen! Wir können immer umwege damit uns nicht mehr Cash machen! Der biegt ab! hinterob Denkab? hmm dreh ihn los ou scanit jetzt überholt der kleine Alter, was ist das denn? der überholt die ganze Zeit nich und dann kurz bevor wir einbiegen wollen, überholt er noch Boah, die war hier richtig in der Luft, Mensch. Junge! Verziehen sie die... Alter, Alter! Boah, Alter! Jürgen, wie hat dich? Ram! Das ist für richtig so ein Rett, Junge, wie willst du das? Gäh? Alter, da! Junge! Wo lang fährt der Rettz? Was? Was war der für die Unge... Boah! Hä? Fährt der durch den Tunnel. Ey, ich muss sie jetzt mal orientieren. Alter, kommt jeder ran. Elloi! Hä? Ja, tschüss! Hä? Hä? Du? WTF? Hm. Ich fahr los, ich fahr los. Ich fahr los, ich fahr los. Ich fahr los, ich fahr los, ich fahr los jetzt. Elloi, wartet kurz! Wartet mal kurz. Ach du preis, ey! Fahr, 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 fahr! Alter! Alter! Was macht die denn da? Nein, was ist denn? Alter! Alter! Alter, der hält es wieder vorne an, ich fahr los. Ey, wo fahren die? Jetzt hält der gleich wieder da an. Ja, fuck. Nein! Was macht der da? Er spuckt dafür rum. Boi! Boi! Nice! Haha! Haha! Ja, der fahr los ist. Dann! Ich blöd! Ich blöd reddi! Haha! Alter! Das war auch selber! Hä? Dumm? What the fuck? Hä? Dumm? Wow! Jetzt fahren die wieder... Ich bin jetzt mal gespannt. Die fahren wieder vor den Tunnel. Ah, das ist ja scheiße. Guck. Ich fange das hier gleich links hoch. Warte mal. Der wendet doch wie ein Depp. Doch, nicht geradeaus! Okay, jetzt... Ah! Wir sind auf dem Kopf. Wir sind auf dem Kopf. Ja, hier geht gar nichts mehr. Wo war ich denn? Wo war ich denn? Wo war ich denn? Wo war ich denn? Let's go, Vorschweller! Keep top, Gubi! Oh, ich hab so'n Kontakt mit so'n Dickdrein auf dem Kopf, ey. Ich auch. So'n... 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 Einmal durchsägeberg. Einmal durchsägen, bitte, Dongle! Einmal... train hier. Skyline. Roadcar Taxi Fahrer. Ja, der ist... so'n... so'n... und... so'n... 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 Die anderen sind gefahren, die anderen sind gefahren Räumen Ja, ich ruf mein Läster an Roll, roll, roll Achtung, Polizei war für vor uns Ob ich... Alter Ja, sonst fahr da runter Ja, okay, fahr runter Alter So wie hier Alter, gut Oh nein, oh nein, oh nein Oh Gott, der Stein Oh Leute Datschen, Datschen, Datschen Ami Datschen Datschen, Datschen Alter, wo brauchst du denn noch mehr fahren? Meiner ist kompetent hier Ja, aber der vor mir nicht Mein Taxifahrer Okay, Gönig sind auf dem Weg Endlich, na klar Okay, hier kommt er auch auf jeden Hör die auch, ne? Tschüss, Wanderer, die Ziele Ja, Alter Wieder haben wir abgezogen Nein! Ah, scheiße Oh mein Gott Niko, sag doch den Typen da, dass er vorbei sind fahren soll F&Y Tschüss, Endlich Ja, bei uns ist auch so ein Wanderer Der fahrt auch nicht weiter Das ist so schlimm Ja, okay, dann bist du nicht von der Straße Geben sie mir bitte ein Ich bist nicht von der Straße Ich stehe da noch nicht rum Ha, ha, ha Ha, 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 ha Gerrit Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Junge, wo fährt der Rückwitz? Ich überhole hier nicht aus der schmalen Strecke, Alter Ha, ha, ha Oh mein Dacher, verpiss dich Mein Wind Ich fahr doch mal mit Ha, ha Meiner fährt nicht Guck dir das an Meiner fährt nicht Oh, schnell vorbei Meiner fährt nicht, weiter Was für ein Bug Was für ein Bug Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Erik Ölstak Wow Oh shit, oh shit, Alter Ah, ah Weih, ho, ha Lebe noch Ja, what the fuck Und die Kulta eher Meiner hat einen Abgang gemacht Tschau Jungs Oh hier ist immer so'n Wandermarkt, die fährt bekloppt Ey Aber das ist meiner fährt nicht mehr Die wird den Berg hier wieder hoch fand ich sehr dumm Meiner hat einen Abgang gemacht Und er schmeißt mich raus Ich fahr weiter Nein, nein Nein! Ich meine die glauben doch. Na ja auch. Wollt nicht mehr. Aber ich glaub gleich kriegt er ja richtig. Ne doch nicht. Tschüss. Oder doch. Ne? Gegen den Baum gefahren alter. Was macht er da? Fahr dich nach rechts, der erste Abgrund. Ja dieser Idiot. Oh mein Gott mein Taxifahrer hat den Wanderraum gefahren. Jetzt rennt der Wanderraum. Feuer. Nein. Und mich hier übelst die Wanderer. Fahr den Wanderraum. Komm schon. Hallo. Na komm. Wanderreisen. Ja jetzt schafft einer das. Ne man lass doch ein bisschen. Das ist voll dumm. Oh jetzt guckt der Wanderer. Oh ja der Wanderer macht das Handy. Jetzt hat er vorbei. Jetzt gehts runter. Und auf der Strecke. Jetzt ne scharbe Rechtskurve. Wie handelt er die? Oh und passt hier den Abgrund. Gut die Kurve mitgenommen. Jetzt unter der Brücke durch. Durch ne hohe Linkskurve. Ja. Jetzt durchdrücken geradeaus. Oh ja jetzt ist verboten. Steine Rechts. Seid ihr zweiter drin? Ja. Ja. Du auch noch einsteig. Das ist hier wieder ein Wanderer. Ja. Ich flippe aus. Wanderer ist vorbei. Taxifahrer fährt weiter. Bergab. Ja. Na tschüss. Na tschüss. Haha. Hast du den Anwärm hab mitgebracht? Ja drück doch mal das Anwärm. Nein ich ruhe mir oben noch ein Auto. Ja. Ich bin am Ziel. Nein. Ich bin am Ziel. Ja. Ich bin am Ziel. Vielen Dank.